Willkommen auf der Bauerhütte! Ich freue mich natürlich in die Gruppe zu gehen, mit Helme und den Bergführer. Das Erlebnis ist cool und schönen Abend heute noch auf der Hütte Boa. Ich freue mich schon von heute Abend bis heute übernachten, mit allen zusammen, morgen Morgen sehr früh aufstehen und so das Hütteleben erleben und natürlich, dass es losgeht. Ich freue mich sehr, dass wir gehen können. Vor allem eine kombinierte Tour mit Klettern und Stiegisen laufen, das wird spannend. Das haben wir nie so gemacht und das freut mich wirklich. Ich erwarte von mir persönlich, dass ich nicht ganz so Mühe habe und dass ich die Höhe gut vertrage. Das hoffe ich einfach. Trotz allem, auch wenn es streng ist, dass ich noch Freude habe. Ich erwarte, dass ich die letzten drei Tage, wo wir Ausbildung gemacht haben, das umsetzen kann und dass alles klappt wird. Also dass ich ein Schritt in der Nähe von Pitz-Bergina bin. Die Töne! Pitz-Bergina Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir konnten sehr viel umsetzen, was sie den vorhergehenden Tag gelernt haben. Wir haben vieles gesehen, wir Bergführer, konnten uns auch ein Bild machen. Jetzt liegt es an den Lesern zu entscheiden, wer sie auf dem Bianca gerade sehen wollen. Wir haben heute einen wunderschönen Tag mit ihnen genossen. Für die einen war es etwas härter und für die anderen ging es etwas ringer. Wir sind heute mal hochgekommen, ab und zu. Das ist nicht so schlecht. Wir sind heute mal hochgekommen, ab und zu. Wir mussten ein wenig warten. Ich habe heute mal hochgekommen, nicht nur noch zum Thema. Wir sind heute mal hochgekommen. Wir sind heute mal hochgekommen, aber wir müssen heute mal hochgekommen. Vielen Dank.